Was ist besonders an den Baugrundstücken, die die Stadt hier verkauft? Das Besondere an dem nun bevorstehenden Verkauf, der für Baufelder im Bereich des Sheraton Parks ist, dass die Stadt Augsburg mit dem Konzeptvergabeverfahren nun völlig neue Wege beschreitet. Bislang war es so, dass Grundstücksverkäufe meistens einem Preiswettbewerb unterlagen. Das heißt, dass das Grundstück natürlich an denjenigen verkauft wurde und veräußert wurde, der bereit war, den höchsten Preis zu zahlen. Nunmehr ist es allerdings so im Zuge des Konzeptvergabeverfahrens, dass wir die Möglichkeit haben, denjenigen, der mit dem allerbesten Konzept aufwartet, uns mit seinen besten, überzeugendsten Ideen mitreist, das Grundstück zum im Vorfeld schon fixierten Festpreis zu übereignen. Zielsetzungen der Stadt sind im Zuge des Konzeptvergabeverfahrens neben städtebaulicher Fixierung der Situation Einflussnahme natürlich auf die Wohnlandschaft, die Augsburger Wohnlandschaft dergestalt. Wir wollen natürlich das elementale Grundbedürfnis eines jeden preissicher zu festen Preisen zu Wohnraum zu gelangen. Wir wollen eine sichere Durchmischung des Quartiers mit allen Einkommensschichten. Wir wollen einen bunten Blumenstrauß an Nutzungen in einem Quartier generieren. Vor dem Hintergrund freuen wir uns, dass wir mit diesem Konzeptvergabeverfahren demnächst starten können. Wer kann sich bewerben und wie? Das Schöne ist, das Bewerbungsverfahren steht jedermann offen. Nachdem allerdings Zugangsvoraussetzung die Finanzierbarkeit und Realisierbarkeit des Projekts ist, wird es im Regelfall so sein, dass sich Einzelpersonen zu Bewerbergemeinschaften zusammenschließen und sich in diesem Staatenverbund in das Konzeptvergabeverfahren stürzen werden. Natürlich wollen wir auch Unternehmen der Wohnungsbranche, der Wohnungswirtschaft nicht von diesem Konzeptvergabeverfahren ausschließen. Im Gegenteil, wir begrüßen es sogar, wenn sich derartige Unternehmen beispielsweise auch gemeinsam mit Bewerbergemeinschaften zusammentun und gemeinsam an starken Konzepten arbeiten. Für diejenigen, die noch keine Projektinitiative gefunden haben und die erst jetzt durch diesen Beitrag auf die tollen Chancen dieses Konzeptvergabeverfahrens aufmerksam werden, möchte ich auf unsere Homepage verweisen www.augsburg.de slash gemeinschaftlich-bauen Auf dieser Seite finden Sie sämtliche gelisteten Projektinitiativen, die sich schon gefunden haben und die unter Umständen bereit sind, weitere Mitglieder aufzunehmen. Scheuen Sie sich nicht, nehmen Sie Kontakt auf und stricken Sie gemeinsam an tollen Konzepten. Sofern Sie sich bewerben möchten, finden Sie sämtliche Informationsunterlagen aufbereitet ebenfalls auf dieser Homepage. Dabei als weitere Anlage ist unter anderem ein Bewerbungsbogen zu finden, der Sie intuitiv durch die einzelnen Bewerbungsvoraussetzungen führt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte reichen Sie zahlreiche Konzepte ein. Herzlichen Dank. Welche Kriterien muss das Konzept erfüllen? Neben bestimmten Mindestanforderungen wie beispielsweise die Finanzierbarkeit und Realisierbarkeit des Projekts und natürlich ab einer gewissen Phase die professionelle Projektbegleitung, haben wir konkrete Auswahlkriterien entwickelt, die zur inhaltlichen Gestaltung und Ausgestaltung ihrer konzeptionellen Ideen heranzuziehen sind. Also zu diesen Kriterien gehören beispielsweise das Generieren eines Mehrwerts für die Stadtgesellschaft, Schaffung eines langfristigen bezahlbaren Wohnraums für sämtliche Bevölkerungsschichten, Bevölkerungsgruppen, benachteiligte Gruppen. Natürlich auch ein Mehrwert für das Quartier. Hier sind zum Beispiel Gedanken anzusetzen, wie vernetze ich mich mit der Nachbarschaft, wie binde ich konkret mein Projekt in die baulichen Strukturen mit ein, wie öffne ich es, welchen Mehrwert schaffe ich für die künftigen Bewohner dort. Natürlich sind auch Elemente des Klimaschutzes etc. auch heranzuziehen. Ganz, ganz entscheidend ist allerdings am Ende für die Qualität Ihres Konzeptes, dass eine eigene Handschrift, eine eigene Note ablesbar ist. Wir haben uns bewusst gegen eine feste Matrix entschieden. Wir möchten Sie in Ihren freien Gedanken und Strukturen nicht einschränken. Seien Sie kreativ, überlegen Sie, bewerben Sie sich. Wir freuen uns auf die Inhalte. Wir freuen uns auf die Inhalte.